Wir bereiten uns ja alle zusammen immer wieder vor. Wir sehen uns immer wieder auf Lehrgängen. Seit vier Jahren bereiten wir uns nur auf diesen Wettkampf vor. Und wenn es dann einer von uns schafft und dort auch eine Goldmedaille holt, freut es einen natürlich umso mehr. Und für ihn natürlich extrem. Sein persönlicher Werdegang ist ja absolut perfekt. Besser kann man es, glaube ich, nicht machen und er hat es sich auf jeden Fall verdient.